Hallo meine Lieben und Willkommen zu diesem kleinen Infovideo, beziehungsweise einer kleinen Ankündigung, wie ihr es vielleicht auch schon direkt am Titel und am Bild und was auch immer erkennen könnt. Und zwar steht der erste Livestream endlich bevor, nachdem ich ja eigentlich vor Ewigkeiten gesagt habe, das würde schon ab April passieren, hat sich das Ganze aus zeitlichen Gründen jetzt etwas verschoben. Und da ich ab Dienstag einsam zu Hause sitzen werde und nicht in Depressionen verfallen will, werden wir mit dem Streamen anfangen. Es wird jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit noch weitere Termine geben, wo ich auch noch am Schauen bin, welches Projekt gemacht wird. Wir werden jetzt am Mittwoch aber erstmal mit Friday the 13th anfangen. Mit dabei ist dann auch Stiva wieder, die mich tatkräftig unterstützt bei meinem ersten Livestream, da ich ein bisschen Bammel habe. Aber das wird schon werden. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall mit dabei. Die Übertragung selbst wird entweder über Twitch oder auf YouTube kommen. Also auf beiden kommt es letztendlich. Ihr habt also die freie Entscheidung, wo ihr genau zuschauen wollt. Ich hoffe, dass ich auf euch alle eingehen kann und zumindestens, wenn ich gerade tot in der Ecke liege oder so. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ihr mit dabei seid und hoffe, dass die Ankündigung rechtzeitig genug war. Ihr seid auf jeden Fall auch dazu eingeladen, mit uns mitzuspielen bei Friday the 13th, sozusagen als kleiner Community-Stream. Der Livestream wird also am 19. Juli sein von 20 bis 22 Uhr, da es für mich arbeitstechnisch anders nicht möglich ist. Also, wir sehen uns dann und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass ihr euch auch damit ausgebtbtbt und seht ihr euch auch von euch in der Ecke. Und dann